hallo liebe freunde und damen herzlich willkommen zum neuen angespielt merchmon idle puzzle rpg klingt auf jeden fall erstmal nicht schlecht und wir schauen uns doch doch mal genauer an was sich denn hinter dieser app befindet verbirgt ja du willst wieder tausend berechtigungen haben ich weiß ich weiß das spiel wollte auch auf meinen standort zugreifen kannst sowas von knicken ja ich weiß nicht warum solche einige spiele wirklich sowas brauchen ja kein plan so wie können wir monster füttern brett brettes für dann keine ahnung wenn wir da auf den button klicken dann kommt das ein monster wenn die märche montags level go up in the waiting laner bis sammelt die best und das sammeln time ok wenn er beschworen ok das beschwörer buch zeigt er uns jetzt wenn wir keine monster mehr auf dem board beschränken kann wir das benutzen ok dann schauen wir doch mal ok das ist quasi ein zwischenspeicher ja wir können sie zwar kostenlos einlagern müssen aber gems bezahlen wenn wir sie rausholen wollen ist klar das ist ja behindert muss man versuchen vorsichtig zu sein mal ich weiß es nicht keine ahnung ok wir können nur wir können wir können nicht nach oben märchen wichtig zu wissen auf jeden fall ok wir müssen also wirklich starke einheiten reinbringen damit die beschworen werden können damit sie einfach wirklich gehen erkennen können warum man eigentlich die namen stehen die dann ich sehe die namen gar nicht ist ja doof man range typen bekommen so haben wir sehen wir schlachten die geniale ab kein thema was haben wir im inventory speed mal zwei in hans ist monster man effekt das gibt ja wie kriegt denn eigentlich neuer ist eine gute frage kann man oder schreiben oder festlegen nach welcher einfolge die monster beschworen werden sollen das ist das ja ok wie in force upgrade für gold 30 gold 5 leben und 5 schaden 39 leben dazu ok in force mit damit zwei bedeutet plan in force gilt sie waren da von bord zurückkommen schon bin ich hier drauf drückt ein bisschen gold investieren ein bisschen stärker zu machen victory die würde ich ganz gerne auf die wilde dinge zu bringen ja ja ich war schon so schlecht ziemlich schlecht aber mein gott bin immer schlechter aber wie kann ich nur so wert sein so dann kommt das vier hier hin das ist nicht so einfach gerade wenn ich hier so bin und die dinge komplett falsch verschmelze aber ich komme hier halt nicht mehr anders schlecht das ist schlecht victory wenn 1000 beschworen sind wir schon bei 21 was haben wir hier eine mailbox thank you for downloading damit das haben wir schon bekommen die games can bevieniert okay man das konfirm kriegen wir alles und die zwei jobs bekommen als wegen vip version wieder mal erkennt er mal so ich kann mir da nicht mehr anders schlecht gewesen ziemlich schlecht da können wir da wenn sie aufgeladen okay ich habe immer nur fünf plätze frei verstehe das andere war uns zu viel gewesen zu 80 so missionen haben wir hier noch ein paar great to monster match accomplished ok great 4 grad 5 also grad 6 angehen einheiten hunderten insgesamt zusammen gemixt in vitro ist aber da sommer stunden hast monsters so great eight achter grad das baut immer komplett weipen irgendwie ist das möglich ich kann aber nicht wirklich lang war sehr doof na gut sammeln in buch ich eigentlich nicht mache ich will das lande den klären sondern jetzt noch was gilt maximal numbers und dann christ auf creating monsters auf 6 erhöhen shop monster box event echt geld krams wahrscheinlich muss es einfach so weiterspielen bis sie sterben ich glaube wenn sie sterben dann würde ich was haben wir hier ok tja ist irgendwie doof jetzt müsste ich warten bis ich sterbe bevor ich hier weiter machen kann ich habe sehr schlecht gebaut ich habe fünf geister hier irgendwo wo ich echt nicht glücklich bin aber gut ist erstmal super dass man hier sterben müsste um nicht weiter spielen zu können das ist doch eine super sache an sich wenn man gespannt ob hier irgendwann mal sterbt sterbt stirbt ach so dass die die dings order war die sammeln ordentlich jetzt hier aufdrückt oder hier ok doch nicht das sammeln oder die ich beeinflussen kann stirbt hier gleich einer ich wäre ganz interessant zu wissen tja ich habe leider überlebt doch noch nicht also weg aber es ist immer noch da wahrscheinlich muss ich komplett sterben erst bevor ich hier verliere ich glaube ich kann gar nicht sterben das ist einfach mal nicht sterben klar kann ich schon sterben und wann aber der boss gehen da kann mich auch nicht töten also leak hat leak hat unlocked leak hat dir eine nicknabe ups hm um um am Telefon leave selektoren und wenn wir 50 prozent möchte ich da auch mal einen der die check in event hoch jetzt ist ein stärker war der hat dann einheiten ein bisschen mehr aufgeboostet um die verteilung zwischen meiner blauen hp leistung seiner roten hp leistung dass er man sieht ja auch eindeutig dass er einfach wesentlich mehr in seine einheiten investiert hat gold mäßig los normal okay da sollte man erst mal investieren aber ich komme nicht weiter also bei stage 3 vielleicht verlieren wir da ja da kann es mal ein bisschen ja den kampf angucken vielleicht kann ich ja auch gar nicht von das weiß ich nicht keine ahnung jetzt aber auch kein geld investieren damit sie stärker werden dass wir auch doof in vorken der wird 10 allmanns das attack plus 10 ability und das habe plus 20 20 prozent 20 harter wir haben wir hier mit den namen wie gern den namen werden und so super schade die werden mich bestimmt gleich vernichten aber ich denke nicht dass das fett geklärt werden würde dadurch dafür gibt es das sammeln in bock wo man einen schönen jams bezahlen sollte na gut aber auf jeden fall der anfang ist echt mal witzig du solltest mal aufpassen dass man sich nicht verbaut sonst ist das echt unku muss ich sagen ziemlich ziemlich unku da man zu beschweren hier ich kann gar nicht immer ist alles voll ich kann nicht nur ein spezial man zu beschweren alles voll ist ist das doof gut an der stelle vielen dank bis zu sehen eine viertelstunde aber auch gespielt so viel wäre ein sehenswertes game sondern grafisch auch nur und würde ich sagen machen wir nächstes mal wieder weiter mit dem anderen angespielt vielen dank bis zu sehen und bis zum nächsten mal tschau tschau leute bitte 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 jemand